Sehnst du dich nach einem Neuanfang? Dann gönne dir mit unserer Kräuterwunder Fastenkur einen Reset für Körper, Geist und Seele. Die erste Fastenkur, bei der Kräuter das Herzstück der Rezeptur darstellen. Entwickelt mit Ernährungsberaterinnen in Top-Bio-Qualität, mit wenig Kalorien und kaum Fruchtzucker. Mit diesem Kräuterwunder-Trank startest du dank Matcha und Grüntee schwungvoll in den Tag. Der Kräuterzauber aus Matetee, Löwenzahn, Brennnessel, Artischocke und Koriander gibt dir die Freiheit, wirklich du zu sein. Bei dieser Kräuterwunderformel aus Sauerkrautsaft, Apfelessig und aromatischen Gewürzkräutern stimmt einfach das Bauchgefühl. Alleine ist man stark, zusammen und schlagbar. Das beweist auch unser Zaubermix aus roten Superfruits, die dir heldenhaften Rückhalt bieten. Für innere Wärme sorgt unsere Rezeptur aus verschiedenen Gemüsesäften, Kurkuma und Chili. Am Abend hilft dir ein Mix aus Brennnessel, Petersilie und Basilikum dabei, den Tag ausklingen zu lassen. Begrüße dein neues Ich mit der Kräuterwunder-Fastenkur vom Achterhof.